Willkommen zurück zu Edward Apes Odyssey im Scrap-Tempel Kammer 6 von 8 Da meine Spezial-Taktik versagt hat, werde ich die eigentlich vorgesehene Lösung in Betracht ziehen Was mich wundert, eigentlich hat es so geklappt, wie ich mir das gedacht habe, aber naja gut Machen wir es halt so Das habe ich gerochen Wir können da nicht einfach durchlaufen, wir müssen schon da hochspringen Auch wenn es eben so ausgesehen hat Glaubt mir Nochmal Keine Angst, das wird hier nicht zu einem täglich grüßt das Murmeltier wie wir es schon öfter hier hatten in diesem Let's Play, aber diesmal werden wir von Erfolg gegrünt sein Jetzt müsste ich da in Abgrund fallen als Belohnung dafür Aha, Chaka So, da kriegst du uns nicht und wir machen einen Abflug Ja, Moment mal Wie wollen die beiden sich denn bekriegen, wenn Irgendwas habe ich dann nicht verstanden Na gut, wir probieren es Auf die Variante Du machst jetzt mal einen Abflug nach oben, okay Da muss ich nochmal sehen, wie das überhaupt funktioniert Ciao Mach's gut So Jetzt können wir Das aktivieren Das heißt, der andere Brunnen wird jetzt irgendwo hin Na egal, gucken wir mal Gucken einfach Keine lange Reden schminken Ja, Mann, die machen sich jetzt platt Die können sich Man kann doch da durchlaufen Ich dachte, das geht nicht Ein Problem weniger Und jetzt kommen wir zum Glockenspiel Erstmal das holen Dün, 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 dün Können sie das mit der Höhle und den Indianern Jetzt aber raus hier Jetzt aber raus hier Jetzt aber raus hier Jetzt aber raus hier Haben wir alles Natürlich Aber wir haben noch kein Secret entdeckt, ne In dem Tempel Ja, doch ganz am Anfang Ganz, 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 ganz am Anfang Aber die Secrets kommen noch Das musste mal sein Ich muss schon ein bisschen aufrichten Alter Mann Alter Mann, altes Spiel So, zwei Lichter nur noch Zwei Fackeln Kammer 7 Oh Aha, Hintergrund-Action Also jeden Tempel kenne ich Jede Kammer kenne ich auch nicht aus Wenn nicht, zumal in Okay, wir rennen Fuck you Let's fight Zumal in Apes Exodus Den zweiten Teil Oh man Es auch noch Äh, Tempel gibt Hey Secret entdeckt Wusste ich doch, dass hier welche sind Aber wo die waren Könnte ich mich jetzt nicht mehr entsehen Oh nein Uff Aber da war der Hallo Hallo Okay Da war der Vogelkreis Ah, der fliegt sofort weg Okay Okay Der soll da warten Und ich warte, bis der weg ist Vergrab den Kopf in der Tastatur Mann, das muss doch nicht sein Den, 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 den Haha, genieße die Show Aber ich hab keinen Bock drauf Oh, da ist immer so früh springen Aber ich glaub, da unten ist sogar noch was Haha Secret, secret, secret Hallo Hallo Naja, warte, du watz hier Ach, ich hab ja nicht Folge mir gesagt In Teil 2 sagt er übrigens Mitkommen und nicht Folge mir Überhaupt sprechen in Teil 2 alle ein bisschen besser Warte Okay Und in Teil 3, ja Hey, jetzt an die Arbeiter Aber jetzt mit ein bisschen Schmackes Na, gut, mein sein muss Immer ich Da reden die wirklich schön miteinander Also Ich als alter, alter Edward Week Der immer nur Hallo, Hallo Und so Hoaha Gekannt hat Fand es dann Beeindruckend Ah, okay Jetzt muss ich mich nach ganz oben retten Yeah Puff Hast du gut gemacht Irgendwie gerettet Ich kann aber nicht nach oben oder so Hier geht's nicht mehr bergauf Wir probieren alles Auch wenn ich keine Steine entsehe Jetzt müssen wir ganz schnell nach unten, ey Das geht nicht gut Sonst haben wir keine Chance zum Junden Töschter Mua Gott sei Dank Das Timing hat gepasst So, äh, ich schaue mich nochmal um hier Hier geht's bergab Oh, Ausgang Ausgang, Ausgang Im Moment Blick ich das noch nicht so Na, hier waren Da rechts Ne, der da Ach du Scheiß Okay Solange die kämpfen Kann ich mich da frei bewegen Aha So fügt sich alles Aha Glockenspiel auch noch Dann nur noch aus hier Bitte Mein Gott Schnauze Puff Ah, schon wieder zwei Gibt's jetzt da vorne überhaupt noch welche Ich glaube nicht Ich lehne besser die Beine in die Hand Ah, jetzt kommt von links einer Ich kenn das doch Es kommt im Moment keiner Wir nutzen am besten die Zeit Um schnellstmöglichst hier die Glocken erläuten zu lassen Und zu fliehen Schneller Dann fehlt nur noch eine Kammer Ah, die kriegen wir auch schon hin Da müsste auch ein Sequel drin sein War das irgendwas mit dem Aufzug oder war das Teil zwei Hier ist auf jeden Fall ein Aufzug Ich guck erstmal ganz rechts Haha Ist das eine gute Entscheidung Ah, das sind zwei Kämpft Okay, ihr wisst ja was passiert Ah, Ausgang Ah, hier können sie eh nicht lang Deswegen Eilig mich lieb Nach links zu kommen Der Weg ist jetzt frei Ach ja Ah, hier ist das Rätsel Das Secret Den lassen wir jetzt schön runter Angenehme Fahrt wünscht Ihnen E-Preisen Werden Sie uns bald wieder Der müsste jetzt weg sein Und die machen jetzt ein bisschen Zopf da unten Ehekrieg Naja Äh Okay Zerfleischt euch mal Ich geh mal ins Siegel Zuerst jedoch Das Glockenspiel Das ist die letzte Kammer Danach haben wir nichts mehr, ne Ja, das Nest Ja Und Das Ganze nochmal Wildnis Tempel Und Nest Zweimal Hey, hat's ja angehalten Ja, hier war das Scrap Aber wir können weiter nach unten Ganz dezent mit dem Pfeil gekennzeichnet Au Schön Oh, drei Ich kenne das Das war schon mal mit den Slugs Immer wieder rüber Unten überrennen Cafeteria Tja Tja Beheilung halt, ne Hallo Folgen Hallo Okay Wir halten den Scrap auch ein bisschen zum Narren irgendwie Okay Lässt sich auch immer gut Zeit Scheint gut zu klappen Hallo Folgen Okay Au, nicht dahin In Teil 2 gibt's übrigens auch blinde Modakens Der muss man immer Wartesagen, weil die ändern nicht die Richtung Tschau Mach's gut Wie kommt denn der Scrap in die Cafeteria? Kann mir das jemand erklären? Wir haben das Glockenspiel, wir haben alle Secrets Haben wir denn schon die Fackeln? Da ist der Oh, bitte nichts falsch machen jetzt Die Fackeln haben wir Der kann auch nicht da durch Ja, machen wir alle, komm mal Das ist ja nicht doch gut hier Hab ich das gut gemacht, danke, danke Vielen Dank für den Applaus Ja, danke Zu viel der Ehre Gut Alles offen Deswegen würde ich sagen Bis zum nächsten Part Ha Dann gibt's ne coole Zwischensequenz und den Das Nest Das geht schnell und ist cool Ja, Leute Bis dann Ciao